Was ist die Grundidee? Was das Filmgefühl angeht, sind relativ auf einer Ebene dabei und so hat es dann relativ lange Skype-Sessions gegeben zu Marc nach Ludwigsburg und zu Ben, der ja momentan noch in Australien verweilt. Die Frage war, ob das Thema Jugendstraftäter noch eins ist, das in einem Film behandelt werden sollte. Wir kamen dann relativ schnell zu dem Entschluss Ja, weil wir finden, dass die Art und Weise, wie es in den Medien behandelt wird, doch relativ einseitig ist und uns so ein bisschen fehlt, dass man auf die Ursachen schaut, wie solche Schicksale überhaupt ihren Ursprung finden. Vor allem im Hinblick dann auf Taten wie diese U-Bahn-Schlägereien oder wo der Junge am Alexanderplatz völlig sinnlos sein Leben lassen musste. Das sind alles Taten blinder sinnloser Gewalt und man fragt sich dann schon, wie kann das sein? Also wie kann jemand so weit gehen? Es wird immer deutlicher, dass die Schere zwischen denen, die alles haben und denen, die nichts haben, immer größer wird. Und absolut entscheidend für den Werdegang oder die Perspektiven eines Menschen und dann einfach ist, wo derjenige herkommt. Zum Beispiel das Elternhaus oder das Umfeld für einen Heranwachsenden drücken dem oft einen Stempel auf, der irreversibel ist. Jemand, der wenig hat, hat auch wenig zu verlieren. Und jemand, der wenig zu verlieren hat, hat genauso wenig zu riskieren. Sprich, wenn man die ganze Zeit nichts geschenkt bekommt, fangen die Menschen an, es sich nehmen zu müssen. Diese ewige Quintessenz, die man so in den Medien findet, ist ja eben, dass solche Taten total zu verachten sind, was ja logisch ist, was außer Frage steht. Und eben in Bezug darauf, dass man eh keinen Zugriff findet auf Jugendstraftäter, dass die Justiz zu oft versagt in dem Bezug und so weiter. Wenn ich zum Beispiel so manche Talkshows sehe, dann läuft mir ein kalter Schauer über den Nacken. Auch wenn es keine Legitimation für diese Taten gibt, werden oft dann Stimmen laut, die so nach mittelalterlichen Methoden schreien. So, der Strafvollzug ist nicht Gerechtigkeit genug. Ja, am liebsten den Täter verfolgen, steinigen, was auch immer. Die viel logischere Konsequenz wäre doch eigentlich, sich zu fragen, wollen wir uns weiter drüber aufregen oder erschüttert sein über Menschen, die zu solchen Taten in der Lage sind? Oder setzt man nicht einfach mal viel früher an und sorgt dafür, dass solche Menschen eben zu Menschen werden, die sich auch darüber aufregen würden und zu sowas nicht in der Lage wären? Zudem führt dieses, die Argumentation, die es auch oft in so Talkshows gibt und so weiter, dass wir also, die wir uns solche Straftaten nicht erklären können, dass wir die Guten sind sozusagen, was eben leicht gesagt ist, wenn man aus einem sozial gesicherten Umfeld kommt und so weiter. Das führt eben unter Umständen zu einer relativ gefährlichen Denkweise. Und deshalb stellen wir im Film die Frage, wie weit wir da teilweise in unseren Denkweisen schon sind in Bezug auf bestimmte Straftäter. Es ist doch völlig klar, dass in den Köpfen, da sich auch das moralische Bild dann ganz schnell verschiebt. Ich will damit sagen, diejenigen, die nicht in der Täterrolle sind, rutschen auch ganz schnell in diese. Und wir verfolgen exakt an einem exemplarischen Fall, wie schnell das geht, dass die Grenzen zwischen Opfer und Täter verschwimmen. Und was Auge um Auge für Konsequenzen haben kann. Wenn man sich in einem Spielfilm so einem Thema nähert, dann haben wir natürlich auch wieder den Anspruch, das möglichst authentisch zu tun. Gleichzeitig ist aber unser Anspruch auch, einen Film zu erzählen, bei dem der Zuschauer nicht 90 Minuten lang von der Moralkeule erschlagen wird. Sondern es soll natürlich immer noch ein Spielfilm sein, bei dem man gut unterhalten wird, bei dem man auch mal lachen darf zwischendurch. Gleichzeitig die Aussage aber natürlich nicht an Kraft verliert. Ich denke, wir wollen dem Film keinen ersten Stein werfen, sondern vielmehr weitere Steine zum Rollen bringen. Hoffentlich.